Und auch auf diese Situation möchte ich gerne ein Auge werfen gemeinsam mit Michael Löders. Wie realistisch schätzen Sie denn ein, dass es tatsächlich einen Vierer-Gipfel gibt auf Regierungschefebene, wo es um die Ukraine-Krise geht? Im Augenblick spricht relativ wenig dafür und selbst wenn es ihn geben sollte, würde sich an der grundsätzlichen Konstellation nichts ändern. Die ukrainische Regierung ist entschlossen, die Probleme im Osten des Landes militärisch zu lösen. Und man darf vermuten, dass sie diese Entscheidung nicht alleine getroffen hat, denn die ukrainische Regierung ist im Wesentlichen zahlungsunfähig. Sie verfügt nicht über die finanziellen Mittel, um einen mittel- oder gar längerfristigen Krieg im Osten des eigenen Landes zu führen, gegen die russischen Separatisten oder diejenigen Separatisten, die Russlands ernahe stehen. Die Möglichkeiten gibt es weder finanziell noch militärisch. Wenn es dennoch dieser Weg beschritten wird, dann muss es hier sicherlich eine Zusammenarbeit geben. Die Europäer sind wenig begeistert über diese Entwicklung, denn es ist klar, dass je länger diese Krise andauert, je größer auch die Gefahr wird einer Eskalation. Es soll angeblich Kontakte gegeben haben zwischen der ukrainischen Regierung und der in Washington. Es sollen sich unter anderem auch 500 Söldner der Blackwater-Organisation, die sich mittlerweile umbenannt hat, aber bekannt ist unter diesem Namen, bekannt geworden ist durch die Söldner, die auch in den Irak geschickt worden sind. Etwa 500 also an der Zahl in der Ukraine. Wir haben also nicht nur Russen, die hier kämpfen auf Seiten der Separatisten, sondern auch Söldner auf Seiten der Regierung. Das ist eine gefährliche Entwicklung, eine ungute Entwicklung, denn es ist ganz klar, dass eine Eskalation nicht ausgeschlossen ist. Und dieser Konflikt kann außer Kontrolle geraten, wenn die russische Seite oder wenn die ukrainische Seite der Meinung ist, sie könnte ganz auf Sieg setzen. Das heißt aber auch, dass Sie feststellen, dass es eine Entfremdung gibt zwischen Europa, zwischen den europäischen Politikern und den USA, den amerikanischen Politikern. Da wird längst nicht mehr miteinander gesprochen. Ich habe den Eindruck, dass die Europäer allmählich zu begreifen beginnen, dass die Interessen der USA in der Ukraine nicht notwendigerweise dieselben sind als die der Europäer. Insbesondere die Verschärfung der Beziehungen zu Russland hat ja gravierende wirtschaftliche Folgen. Alleine der wirtschaftliche Austausch zwischen Deutschland und Russland als Ergebnis der Sanktion hat sich mehr als halbiert im Laufe des vorigen Jahres. Das ist eine Summe in der Größenordnung um 40 Milliarden Euro, um die es geht. Wenn man sich vor Augen hält, dass die Amerikaner traditionell nur relativ geringen Handel mit Russland geführt haben, in der Größenordnung von etwa 8 Milliarden Dollar im Jahr, dann ist völlig klar, dass allen voran Deutschland, aber auch andere europäische Staaten, die engen Handel treiben mit Russland, massiv betroffen sind. Gerade die Wirtschaft ist darüber natürlich sehr unglücklich. Und letztendlich bezahlen ja die Europäer einen Großteil der Wirtschaftshilfe für die Ukraine. Diese Wirtschaftshilfe ist aber, wie es scheint, ein Fass ohne Boden. Es gibt ja keine Kontrolle, was mit diesen Geldern passiert. Auf jeden Fall fehlt es nicht, am Geld um Krieg zu führen. Während ja die Regierung in Kiew für die eigene Bevölkerung im Osten des Landes alle Zahlungen eingestellt hat. Das ist eine sehr ungute Konstellation und eigentlich müsste eine vernunftorientierte Politik nicht nur Klartext reden an die Adresse Moskaus, sondern auch an die Adresse der Regierung in Kiew, dass sie zurückfindet an den Verhandlungstisch und nicht auf militärische Lösungen setzt, die es im Falle der Ostukraine nicht geben kann. Vergessen wir nicht, dass die Ukraine ein Land ist, das sowohl in Richtung Russland wie auch in Richtung Europa ausgerichtet ist. Und es ist ein Schenierstaat, wenn man so will. Man kann nicht die eine Seite gewissermaßen militärisch herausoperieren wollen bei aller berechtigten Kritik an der Politik Russlands. Welche Chance bleibt denn dann der europäischen Diplomatie? Denn mit guten Worten Einwirken in Richtung Ukraine, in Richtung Kiew, das hat insbesondere ja auch der deutsche Außenminister immer wieder versucht worden und durchgesetzt worden sind die Sanktionen. Das haben Sie angesprochen. Wo gibt es denn da überhaupt noch den Spalt offen, wo man den Fuß dazwischen setzen kann? Ich glaube, in letzter Konsequenz geht es um die Frage, ob die Europäische Union und namentlich auch die Bundesregierung bereit ist, gegenüber den amerikanischen Freunden Klartext zu reden und zu sagen, wir sind nicht gewillt, einen Krieg im Zentrum Europas entstehen zu lassen, der weit entfernt erfolgt von den Grenzen Amerikas, aber doch in unsere unmittelbare Nachbarschaft. Wir setzen jetzt auf eine Politik, die versucht, einen Mittelweg zu gehen, die bei aller Kritik an Russland gar keine Frage ist, viel zu kritisieren, aber dennoch versucht, die Balance zu finden und vor allem auch einer Entwicklung in der Ukraine entgegenwirkt, die ja doch teilweise erstaunliche Tendenzen nimmt. Ich erinnere an den Auftritt von Herrn Jatsenyuk, der hier in Berlin kürzlich erklärte, dass sowohl die Ukraine wie auch Deutschland Opfer sowjetischer Aggressionen geworden seien im Zweiten Weltkrieg. Das ist, wie ich meine, eine gefährliche Geschichtsklitterung. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass die Bundesregierung hier klare Worte an die Adresse der Regierung in Kiew gefunden hätte, dass man so nicht miteinander und übereinander reden sollte. Man sollte die Geschichte nicht verfälschen, sondern der Gegenwart mit Augenmaß begegnen. Und ich hoffe, dass sich diese Einsicht in Berlin und in Brüssel umsetzt, dass man natürlich mit Kiew eng kooperieren sollte und muss, aber nicht um jeden Preis. Jetzt haben wir noch eine andere, ziemlich neue Meldung, Herr Lüders, auf die ich ganz kurz nochmal mit Ihnen schauen wollte. Wir hören heute, dass Russland und der Iran ein Militärbündnis abgeschlossen haben und da näher zusammenrücken. Ist das eine überraschende, eine gefährliche Tendenz in Zusammenarbeit? Nein, das ist eigentlich zu erwarten gewesen. Ich meine, Russland ist ja auch nicht dumm. Die Regierung dort hat erkannt, dass ihre einseitige Ausrichtung auf Europa in wirtschaftlicher Hinsicht sich nicht rechnet. Dass es einen Bruch gibt, der sich fortschreiben wird über viele Jahre. Und Russland ist dabei, seine Wirtschafts- und Außenpolitik neu zu orientieren. Und die großen Nutznießer dieser Entwicklung sind China, die Türkei, der Iran und Indien in dieser Reihenfolge. Es entsteht ein neues Wirtschaftsbündnis, wenn man so will, unter Umgehung der Europäer. Die russische Wirtschaft wird unter den Sanktionen die nächsten drei bis fünf Jahre sicherlich massiv leiden. Aber die Wirtschaftsströme werden gerade völlig neu sortiert. Und wir in Europa werden diejenigen sein, die das Nachsehen haben. Denn diese Staaten, die sich hier verbünden untereinander, sind ja durchaus Wirtschaftsmächte. Und der Iran hat sehr viel Öl zu verkaufen und ist bereit, eine strategische Allianz einzugehen mit Russland. Das ist natürlich auch ein Affront an die Adresse des Westens. Damit verliert der Westen ein Druckmittel auf die iranische Regierung in Sachen Wirtschaftssanktionen, die nunmehr von Russland unterlaufen werden. Also hier kann man beobachten, wie auch in der Geopolitik neue Konstellationen entstehen. Als Ergebnis einer doch recht kurzsichtigen europäischen und westlichen Politik. Und am Ende werden vor allem wir Steuerzahler in Europa, in Westeuropa, namentlich in Deutschland, diejenigen sein, die die Zeche zahlen. Und das ist eine sehr ungute Entwicklung. Wir sind nicht mehr die stärksten Mächte auf der Welt im Westen. Die Welt sortiert sich neu. Das müssen wir begreifen. Die Welt wird multipolarer. Und Rechthaberei alleine ersetzt keine ergebnisorientierte Politik. Erstmal bis dahin vielen Dank nach Berlin, Herr Lüders.